Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge um die zweite Umsetzung hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns auf der Karte Hamburg Hafen City, wie immer. Also wie oft fahren wir mit der 112 von Hauptbahnhof in Altuna. Genau, hab schon mal eingestellt, nur dass es halt rum ist hier, läuft. Vielleicht ändern wir das nochmal eben. Jo, das sieht auch gut aus. Schöner nach neuen Mühlen. Also die Mühlen stimmt nicht mehr, aber ist egal. Mal ein bisschen weiter, mit Rufen ausfahren. So, Handy ist oft lautlos. Jo, dann können wir loslegen. Kappeln wir uns an, wir haben noch 3 Minuten, das können wir eben vorfahren. Das heißt, wir starten den Motor. Oh, jetzt wird gut gering. Ja, das kriegen wir kurz hin. Das ist ja kein Thema. Bremse wird gelöst. Beziehungsweise können wir immer so kleinere Themen anfahren. Genau, fahren mit dem Windab-Mars-Pay. Okay. Ich bin da mal im Vorherzug aufgefahren und jetzt. Das können wir. So, die Bremse lösen. Und dann können wir vorfahren. Achso, vielleicht sollten wir den Gang auch noch richtig einlegen. Das kann helfen. So. Genau, fahren mit dem Citaro von dem Morphe-Pack. Hier ist Stau. Sieht keiner, wir fahren nochmal durch. Genau, wir wollen Kochvideos in der nächsten Zeit produzieren. Das heißt, ihr könnt mir gerne... Ihr könnt mir gerne Kochideen in die Kommentare schreiben. Und das machen wir dann. Genau. Also macht das gerne. Wir freuen uns drauf. Euch bekochen zu können. Nein, wir bekochen euch ja nicht. Aber... Bisschen Unterhaltung zwischendurch ist auch nett. Das Licht kommt von der falschen Seite. Das kommt direkt aus der Seite. Das ist natürlich doof. Ah, hier ist alles zugeparkt. Ich stand jetzt zu lange. Ich hab mal wieder einen neuen PC. Juhu. Kann man so sehen. Nein, ich hab eine neue Grafikkarte. Oh, da muss ich den PC neu aufsetzen, weil er den ja kapitiert hat. Und ja. Dadurch kommt das. Wir fahren hier mal durch. Das haben wir ewig hier. Dadurch kamen jetzt ein paar Tage auch keine Videos. Das dauert noch ein bisschen, bis man mal einen neuen PC eingerichtet hat. Und ja. Wir dürfen durchfahren lieber. Ähm. Und ja. Hier wieder aus. Oh. So. Jetzt kommen wir noch eine Minute vor. Mal gucken, ob man da mitmöchtet. Jetzt kommt mir noch keiner mit. Jetzt lasst mir da so ein bisschen mehr. Haben wir halt. Genau. Ich glaube, die Tonqualität ist jetzt auch besser. Mal gucken, wie es beim Schnitt aussieht. Ich lade es trotzdem hoch, wie immer. Sind wir mal gespannt. Genau. Kaufvideos kommen. Ein neues Projekt wird gestartet. Der LS 19. Da werdet ihr jetzt alle zwei Tage immer ein neues Video sehen. Wenn ich es schaffe, es aufzunehmen. Ich sage immer, wenn ich es schaffe. Das ist nochmal eine Zeitsache. Aber ich nehme jetzt erstmal so 20 Videos auf. Die kommen dann nacheinander. Und dazu kommt der nochmal um sie, wenn ich Zeit habe. Genau. Alles andere kommt. Dann wünsche ich dir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch so an Spiele oder Simulationen sehen wollt. Und dann gucken wir mal, wie wir das umsetzen. Wieso? Ist es cool. Wieso? Ist es cool. Und sie darf einmal nachdenken. Ja. Das geht aber auch für OMSI Folgen. Wenn ihr was in OMSI sehen wollt, unbedingt. Ich habe auch gerne in die Kommentare. Sonst fahre ich natürlich gerne nach Hamburg. Dann fahre ich auch nochmal weiter. Oder gibt es ja keine Ansatz mehr. Ich bin falsch gefahren. Das ist natürlich ungünstig. Voll abgelenkt und falsch gefahren. Und die lecken wir zu den Nachwänden. Ich werde hier umlenken. Und dann fahre ich mir zu den Nachwänden. Ja, da, 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 da. Ja, um sie nachdenken. Kann ich auch langsam mit nachdenken, ne? Nein, um sie denkt ich, oh jetzt. Um sie denkt ich, ne, ich will mal ein bisschen nachdenken. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir haben heute eine Minute Verspätung. Die haben wir auch wieder rausgefallen, glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall. Ja, da. Ich gehe mal starten und aus. Jetzt haben wir es grün. Es ist grün zu grün. Mensch, vor allem, es wird blühen. So, ich lasse mich mal hier rein. Danke. Hier ist eine Haltestelle. Hier kann ich nicht. Hier kann ich nicht. Hier kann ich nicht. Hier kann ich. Dann wird es nicht mehr, es wird nicht mehr, hier kann ich nicht mehr. Ich bin reingelt. Da fahren wir halt allein. Oh, kein Problem. Oh, das war's, das war's, das war's, das war's. Ohhhh Soll ich gar nicht rum Da haben wir auch beide bekommen Sooooo Stehen wir an der Ampel Wir stehen an der Ampel Wir waren 2 Minuten verspielen I don't believe we can Die Luft ist die Barsch Die Luft ist die Barsch Die Luft ist die Barsch Dann können wir sie denn hier verlassen Ein Haldenhall für jemanden, der da ist. Auch kein Problem. Er wird ganz unangenehm. Oh, jetzt wird man. Ich habe einen Knopf, glaube ich. Das war ein Grundschirm. Das war ein Grundschirm, das war ein Grundschirm, das war ein Grundschirm. Das war ein Grundschirm, das war ein Grundschirm, das war ein Grundschirm. Wir dürfen. Das war ein Grundschirm. Das war ein Grundschirm, das war ein Grundschirm. Das war ein Grundschirm, das war ein Grundschirm. Das war ein Grundschirm. Da? 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 Das bleibt ihr. Das war's für heute. Das ist ein Tüterkass, der ist in der Leerebus, ist ja langweilig, wenn keiner einsteuert, aber ist ja nicht wunderbar. Und wenn man jetzt an die Ampel warten muss, wird es auch langweilig. Oh, es wird grün. Es ist grün zu grün. Ich meine, es wird blühen. Das ist grün. Das war's. Ich habe keine Zwei-Sturz noch länger. Das ist grün. Das ist grün. Das ist grün. Schön frische Luft. Hier warten wir wieder an der Ampel. Das ist grün. 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 Vielen Dank. 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 So, und warten. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 Ja, ja, ja. Oh, das ist auch so schön. Ich denke, ich habe einen Nachfolger in der Hand. Eventuell. Hallo! Beep up on Blooper Baq Now what the hell to start Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das Casino gibt's gar nicht mehr, was da an der Ecke ist. Jetzt ist da hier... Hier ist jetzt ein Kreisverkehr, beziehungsweise der ist noch im Bau, soweit ich weiß. Also ich fände nicht nur, wenn wir da oben landen. Und im Bauarbeiten. Genau. Wenn wir immer noch oben haben, könnten wir auch gleich rüberwarten. Aber auch noch viele Leute. Haben wir jetzt Henny? Nee. Haben wir jetzt Henny? Ich war's immer durch. Du willst ja nie, oder sieh? Du willst ja nie, oder sieh? Hallo! Moin! Kost! So, nächste Halsspiele ist... Und die kommt ja noch rein, eine Altersenadio, nochmal Poststraße kommt er noch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020